Ich darf euch zu dem nächsten Talk begrüßen über das Thema Demokratie in Sachsen. Josefine von der Kampagne Sachsische Demokratie wird euch darüber etwas erzählen. Ich bitte euch, sie mit einem warmen Applaus zu empfangen. Ja, hallo. Also die Kampagne heißt Sachsens Demokratie und ich werde an sich auch nicht wirklich über Demokratie sprechen, weil das ist zu suchen, aber nicht zu finden in Sachsen, sondern mir geht es in erster Linie darum, ein Stück weit aufzuzeigen, wie sich im letzten Jahr die Kriminalisierung antifaschistischen Engagements letztendlich konkret ausgewirkt hat und was im Einzelnen passiert ist, welche Bandbreite an Repressionen es gegeben hat und wie das politisch einzuordnen ist. Die Kampagne Sachsens Demokratie als solches hat sich dieses Frühjahr gegründet. Anders konkret waren die Razzien gewesen, sowohl am 19. Februar als auch am 14. April. Die Grundlage der Razzien sind das 129 Verfahren, was konstruiert wurde und was eben die Bildung einer kriminellen Vereinigung meint und neben diesen konkreten Anlässen war es uns eigentlich, ging es uns darum, diese Ereignisse, die, ah scheiße, ich habe den Bildschirm schon noch nie ausgemacht, sorry, was der eigentliche Anlass oder was eigentlich die Intention der Kampagne gewesen war, war daraufhin jetzt keine klassische Soli-Arbeit zu machen, sondern schon einfach, was ich eben meinte, die Ereignisse in politischen Kontext einzuordnen, der in Sachsen durch eine sehr autoritäre Politik geprägt ist, der Raum für politisches Engagement eigentlich in den letzten Jahren immer enger geworden ist, immer weiter eingeschränkt wurden und eben diese Ermittlungen so ein Stück ein Ausdruck von so einem politischen Programm der schwarz-gelben Regierung in Sachsen sind, die immer intensiver verfolgt wird und aus dieser Extremismus-Doktrin, die ja bundesweit jetzt in den letzten Monaten oder letzten zwei Jahren doch relativ heftig diskutiert wurde. Deshalb sind wir beim Ansatz der Kampagne, wollten wir das eher ein bisschen breit aufziehen, sind damals Anfang des Jahres mit einer Erklärung gegen die Kriminalisierung antifaschistischen Engagements an die Öffentlichkeit gegangen und hatten da auch von vornherein 400 Unterstützerinnen gesammelt in einem zivilgesellschaftlichen, politischen, öffentlichen Bereich und sind damit in dem Sinn eigentlich auch relativ erfolgreich geworden, dass wir durchaus relativ viel Druck aufbauen konnten in dem letzten Jahr. Bis jetzt, momentan ist es jetzt halt einfach nicht mehr Thema durch die NSU-Geschichte, aber bis dahin war es uns eigentlich relativ gelungen, doch einen öffentlichen Druck auch gemeinsam mit Oppositionspolitikerinnen dort zu erreichen. Anfang würde ich vielleicht 2010, als das Bündnis Dresden nazifrei zu Massenblockaden aufgerufen hat, da in Dresden ja jedes Jahr am 13. Februar der größte Nazi-Aufmarsch Europas stattfindet. Daraufhin hat damals schon die Polizei Büroräume in Dresden und Berlin durchsucht und Mobilisierungsmaterial des Bündnisses beschlagnahmt, unter dem Vorwand, dass es halt ein Aufruf zu Straftaten ist. Das Material hat eben zu Massenblockaden aufgerufen, allerdings hat sich dieser Kriminalisierungsversuch eher positiv auf die Mobilisierung ausgewirkt und der Nazi-Aufmarsch konnte damals auch nicht wie geplant stattfinden. Das war ein relativer Machtverlust, sowohl für die Polizei als auch für die Stadt selber, die bisher eigentlich am 13. Februar immer vorgegeben hat, wie die politische Entwicklung sozusagen gewünscht ist. Jedes Engagement, was ja eigentlich ja trotzdem seit zehn Jahren es immer gegeben hat, seit der Aufmarsch entstanden ist, wurde eben reglementiert und kriminalisiert. Seit es jetzt so groß geworden ist in den letzten beiden Jahren, gab es dann halt als erste, sage ich mal, neben dieser Durchsuchung im Vorhinein, gab es als erstes eine Kriminalisierung der Sitzblockiererin, ganz konkret. 2010 wurden damals eine Reihe an Verfahren eröffnet, die aber alle eingestellt wurden, außer bei vier Strafverfahren gegen so prominente Linkspartei-Mitgliederinnen. Und 2011 gab es im Nachgang allerdings über 50 Verfahren gegen Menschen, die an Sitzblockaden teilgenommen hatten. Das Spannende an dem Punkt ist, dass es eigentlich sowohl 2011 als auch 2010 gar kein gültiges Versammlungsgesetz in Sachsen gab, da die sächsische Landesregierung das eben 2010 durchgeboxt hatte im Januar, allerdings die Oppositionsparteien dagegen geklagt hatten und jetzt vor kurzem eben das Bundesverwaltungsgericht festgestellt hat, also da ging es noch nicht mehr um die inhaltlichen Punkte, sondern dass es einfach schon rein formell überhaupt nicht korrekt durchgeführt wurde und es deshalb nicht wirkungsmächtig ist und deshalb, ja, also das ist einfach wieder mal ein Teilaspekt, wo man sieht, wie in Sachsen Politik gemacht wird. Wenn die CDU halt versucht, irgendwas durchzupeitschen, wird das halt auch gemacht, nur leider haben sie momentan bisher keinen Erfolg gehabt. Genau, an dem Sinne ist es nur wichtig, weil letztendlich die Verurteilungen für diese Sitzblockadeverfahren, die jetzt kommen, deshalb oft dem Bundesversammlungsgesetz basieren. Genau, vielleicht zur prinzipiellen politischen Einordnung ist es ja so, dass die Extremismusklausel dürfte eigentlich allen was sagen. Wurde seit November eigentlich 2010 gerade in Sachsen eingeführt, um die Zivilgesellschaft zu disziplinieren. Kann man schon einfach so sagen. Es ging darum, eine Grenzziehung zu machen zwischen guten Demokraten und sogenannten Linksextremisten. Und das ist natürlich gerade beim 13. Februar dann nochmal so ein Punkt, wo das sehr kulminiert. Vorausgegangen sind dem Ganzen ja auch schon im Bund eben die zunehmende Fokussierung auf sogenannten Linksextremismus. Der VHS-Bericht hat 2010 ja quasi den Anstieg der Gewalttaten festgestellt. Das Ganze wurde durch entsprechende Medienkampagnen begleitet und sämtliche Ereignisse, die eigentlich in den letzten Monaten dann passiert sind, wurden immer hochstilisiert quasi zu einem Terrorvorwurf. Sei es ein Böller auf einer Demonstration in Berlin gewesen oder ähnliches. Genau, dann Christina Schröder mit ihrem Bundesprogramm dürfte auch allen soweit bekannt sein, das sogar mittlerweile so weit geht, dass es eben Bildungsarbeit gegen Linksextremismus gibt, adäquat eben zu sogenanntem Rechtsextremismus für Schulen und öffentliche Bildungsarbeit. Der zweite Punkt ist zum einen diese Gewaltstatistik, die medial auch groß inszeniert wurde, um einfach diesen Extremismusansatz zu legitimieren. Daraufhin hat ja auch bei der Innenministerkonferenz war das der Schwerpunkt gewesen, Anfang 2010, wo gleichsam auch der Widerstandsparagraf einfach vom Strafmaß erhöht wurde, von zwei Jahre auf drei Jahre, beziehungsweise einfach die Statistiken mittlerweile so sind, dass es teilweise einfach linke Gewalt quasi mehr angestiegen ist als eben rechte Gewalt, um damit eben diesen Extremismusansatz zu legitimieren. In dieser eh schon politisch recht desolaten Situation kamen dann eben die Razzien und das 129-Verfahren in Dresden. Damit hat auch der LKA-Chef Michaelis, der damals quasi, das war seine Antrittswoche, bevor die Razzien stattgefunden haben, quasi gleich konsequent zur Tat gestritten, indem er vorher sagte, dass er auf jeden Fall jetzt etwas vehementer gegen sogenannte Linksextremisten vorgehen möchte. Es gab also die erste Razzia am 19. Februar, das war quasi an dem Tag, wo der Großaufmarsch gewesen ist in Dresden. Dort gab es eine Hausdurchsuchung im Haus der Begegnung. Dort war angeblich das sogenannte Pressebüro von Dresden nazifrei. Es wurden Anwaltskanzlei, Parteibüros, alles komplett mit SEK-Einsatz, wie man sich das in jedem schlechten Film auch nur irgendwie vorstellen kann, mit martialischem Aufgebot begegnet. Alle Personen wurden festgenommen, Personalien festgestellt, Ideebehandlung, DNA-Entnahmen zum großen Teil und sämtliche Technik, die irgendwie in diesem Raum verfügbar war, in diesem Haus wurde mitgenommen. Die zweite Razzia war dann eine eher größere Welle angelegt. Im Frühjahr 2011, damals wurden 20 Lokalitäten von 17 Personen durchsucht. Die Staatsanwaltschaft hatte damals drei Straftaten als Anlass genommen, um eben dieses Paragraf 129-Verfahren zu konstruieren. Bemerkenswert war damals, dass es mit einer ziemlichen Medienkampagne verbunden war. Das heißt, dass die Staatsanwaltschaft, die ja eigentlich sonst eher nie so kooperativ ist, Bilder aus den Ermittlungsakten rausgegeben hat, die dann auch in den Zeitungen erschienen sind und dass teilweise die Presse quasi schon mit vor der Tür mit der Polizei stand, bevor die Betroffenen überhaupt wussten, dass sie jetzt eine Razzia haben. Wie gesagt, in Sachsen ist es mit der Medienlandschaft nicht so besonders pluralistisch. Eigentlich sind alles recht staatstreu. Die einzigsten, die sich erstaunlicherweise damals, da ein Stück weit kritischer Verhalten haben, war erstaunlicherweise die Morgenpost, die Dresdner. Ich würde da ganz kurz mal diesen Kommentar dazu vorlesen. Von Gerhard Jakob, Exempel statuiert. Das ging aber fix. Noch keine zwei Wochen ist Sachsens neuer LKA-Chef Jürg Michaelis im Amt und schon machte er mit seiner Ankündigung ernst, linke Extremisten in die Zange zu nehmen. Befremdlich wirkte eifel, mit dem die Hescher vorgegangen sind. Kurz nach Abschluss der Zugriffe steuerte die Staatsanwaltschaft groß wie freizügig Medieninformationen inklusive Ermittlungsfotos. In anderen Fällen, etwa bei Nazi-Übergriffen auf Wanderer in der Sächsischen Schweiz, war die Staatsanwaltschaft zurückhaltender. Gerne mit dem Hinweis, Informationen könnten die Ermittlungen gefährden. Natürlich müssen lebensbedrohliche Steinwürfe und Körperverletzungen strafverfolgt werden, egal wer sie begangen hat. Aber alles an der gestrigen Aktion deutet auf ein Exempel hin und auf eine Exekution der Sicherheitsideologie, wie sie von der regierenden CDU verfochten wird. Dort bemüht man sich schon seit jeher, Rechts- und Linksextremismus in einen Topf zu werfen und gut umzurühren. Dabei spricht schon der zahlenmäßige Unterschied für sich. Laut Verfassungsschutz gibt es in Sachsen 2700 Neonazis gegenüber nur 740 sogenannten Linksextremen. Und es gibt einen Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung. Rechte greifen unser freiheitliches Rechtssystem an, Linke greifen Nazis an, wenn auch zuwahl mit fragwürdigen bis illegalen Mitteln. Zugespitzt gesagt, ohne Nazi-Übergriffe gäbe es vermutlich kaum linke Gewalt. Wie gesagt, bei Straftaten muss Strafe sein, aber wer wie mit Kanonen auf Spatzen schießt, gibt Tätern die Chance, sich als Märtyrer zu stilisieren. Und davon hätte am Ende niemand etwas. Also bemerkenswert für die Morgenpost, wie gesagt, die einzige Zeitung, die sich in Sachsen überhaupt gegen Staatsregierungspolitik wendet. Ich würde jetzt kurz ein paar Facts zum Verfahren als solches euch erzählen. Ausgangspunkt, wie gesagt, das Ermittlungsverfahren sind nicht nur Ereignisse seit 2010, sondern schon seit 2009. Und zwar gab es verschiedene Ereignisse, unter anderem Angriffe auf Nazis. Ab Ende 2009 hat das LKA und die Staatsanwaltschaft geprüft, ob es möglich ist, ein 129 Verfahren zu eröffnen. Und im Mai 2010 wurde dieses dann auch eingeleitet. Um diese Vereinigung zu konstruieren, wurden halt Vorfälle von 2009 bis Februar 2011 einbezogen. Verschiedene Körperverletzungen, Landfriedensbrüche und Sachbeschädigungen. Dabei sind allerdings alles Ereignisse, die in Dresden irgendwas im Fernsten mit Neonazis zu tun haben. Also es gibt JLO-Veranstaltungen oder Nazi-Aufmärschen mit Protestkundgebungen. Also die ganze Bandbreite. Und das Bemerkenswerte, wie jetzt einzelne Menschen in dieses Verfahren reingekommen sind, sieht halt so aus, dass eigentlich der Großteil der Beschuldigten in dem 129 Verfahren keiner konkreten Straftat beteiligt werden oder ihnen das vorgeworfen wird, sondern sie sind teilweise nur anwesend gewesen. saßen in Bussen, die zu Demonstrationen gefahren sind, haben mit Menschen telefoniert, die bisher schon beschuldigt waren, haben nach leeren Videokassetten am Telefon gefragt, haben ja quasi, also mit dem Großen und Ganzen erstmal in dem Sinne nichts getan, was strafrechtlich relevant ist. Aber das ist ja eben halt der Punkt bei dem 129 Verfahren, dass es eben ein Verfahren ist, um ein Ermittlungsparagraf ist, um eine Szene zu durchleuchten und eben nie wirklich konkret Beschuldigte in einer Straftat nachzuweisen. Es kommen halt dadurch immer wieder weitere Personen, eben werden ins Verfahren aufgenommen, andere Personen fallen raus. Damit ist es halt recht, das ist halt ein recht belastender Zustand, weil sozusagen nie so richtig klar ist, es hört halt einfach jetzt gerade nicht auf, sondern wird noch eine Weile so weitergehen. Momentan ist es so, dass es 21 Beschuldigte in diesem Verfahren gab und im Rahmen der Razzia, die ich vorhin schon erwähnt hatte, am 19. Februar sind eben weitere 20 Beschuldigte hinzugekommen. Die wurden dann allerdings abgetrennt, sodass es sich momentan um 229 Verfahren handelt, in dem einmal 19 Beschuldigte sind und einmal 22 Beschuldigte. Ganz grob ist es halt so, dass es den Behörden darum geht, in dem Konstrukt, dass es einmal eine Gruppe an Menschen gibt, die Informationen sammeln, diese an andere Personen weitergeben und dieser andere Teil der Organisation sozusagen ausführend ist. Also sprich, irgendjemand sagt, dort und dort sind Nazis und dann geht da jemand hin und haut die um, um es jetzt mal unterzubrechen. Das ist ungefähr die Vorstellung der Behörden, die natürlich davon ausgehen, dass es davon dann noch einen Kopf gibt, der das Ganze organisiert. Alle Beschuldigten haben TKÜs, also ich habe jetzt noch mal kurz ein kleines Glossar, wahrscheinlich wisst ihr alles grob, was das ist. Ich habe das trotzdem mal für die, die es nicht wissen, noch mal aufgeschrieben. Alle Beschuldigten hatten TKÜs, langfristige Observationen, sowohl individualisierte Funkzellenabfragen der letzten sechs Monate. Also alle momentan Beschuldigten hatten Hausdurchsuchung, hatten ED-Behandlung und ihnen wurde DNA teilweise entnommen. Darüber hinaus gab es eine Videoüberwachung von öffentlichen Anlaufpunkten über Wochen hin und verschiedene Personen wurden verdeckt, deren Identität ermittelt. Zudem gab es noch ereignisbezogene Observationen, um quasi Zusammenhänge dort noch deutlicher herauszufinden. Ich würde jetzt im Weiteren noch mal kurz auf diese FZAs eingehen, auch wenn es heute, glaube ich, auch schon in dem anderen Vortrag so ein Stück weit beleuchtet wurde, würde ich das gerne noch mal auftröseln, wie viel es jetzt konkret gegeben hat und um was für Daten es sich genau handelt. Wir haben, genau, es gibt einmal die FZAs in dem 129-Verfahren. Standardmäßig ist es momentan so oder erscheint es uns so, dass das LKA eigentlich zu jeder Straftat, die in dem 129-Verfahren mit einbezogen ist, beziehungsweise zu jedem Ereignis, was ja nie zwangsläufig eine Straftat war, eine Funkzellenabfrage gemacht hat. Das heißt, über diesen 13. Februar, 18. und 19. Februar hinaus sieht es momentan so aus, als würden die Behörden einfach jedes Mal eine funktionelle Abfrage machen, wenn irgendein politisches Ereignis stattgefunden hat, was in diesem Rahmen jetzt ermittelt wird. Das wissen wir jedenfalls von einigen Ereignissen ziemlich sicher und von daraus schließen wir, dass sie es wahrscheinlich rückblickend auf alle Sachen gemacht haben. Wir haben also quasi für den 13. Februar Funkzellenabfragen an zwei Orten, wie ihr jetzt hier seht, und deren Umfang der Daten unklar ist. Am 18. und 19. Februar, wo dann der große Aufmarsch gewesen ist, haben wir eine relativ hohe Datenmenge, quasi 900.000 Verkehrsdaten, wo bisher knapp 41.000 Bestandsdaten abgefragt wurden. Beim 18. und 19. Februar ist es halt tatsächlich so gewesen, dass es die Orte, die abgefragt wurden, abseits des Demonstrationsgeschehens gewesen sind, also in verschiedenen Stadtteilen, in einem relativ hohen Zeitumfang von 48 Stunden und nochmal vier Stunden. Dann in der Dresdner Südvorstadt, was sozusagen der Bereich gewesen ist, wo sich grob die Gegenaktivitäten abgespielt haben, in einem Zeitraum nochmal von zwölf Stunden. Und das, wie gesagt, sind jetzt nur die FZAs in dem 129-Verfahren. Das LKA hat diese Daten dann auch noch an die Soko 19.2. Das ist die Sonderkommission, die dann direkt wegen allem anderen, was nicht das 129 betrifft, ermittelt. Haben die die Daten auch mal rübergeschoben, weil quasi die halt eben nie so viele Daten hatten. Dadurch ist das überhaupt alles erst aufgefallen, weil die Akten von den Sitzblockiererinnen sich einige Anwälte genauer angeschaut haben. Dort gab es Listen drin und da wurde sich so ein bisschen gewundert, das ist doch so eine Funkzellenabfrageliste, was macht die denn hier? Das ist doch gar nicht rechtmäßig, die in so einem Fall wie eben ein Vergehen gegen das Versammlungsgesetz anzuwenden bei den Sitzblockiererinnen. Und daraufhin wurde halt festgestellt, okay, es gab Funkzellenabfragen im größeren Rahmen und so konnte dann mehr und mehr über öffentliche Anfragen und Mediendruck musste die Polizei sich halt dazu äußern. Und darüber kam überhaupt erst hinaus, in welchem Umfang diese Daten erfasst wurden. Also wenn sie nicht selber so blöd gewesen wären sozusagen und die einfach irregulär zwischen ihren Behörden hin und her geschoben hätte, wäre das auch erst mal gar nie weiter aufgefallen. Sachsen ist da auch so ein bisschen, die haben sich 2009 schon dieses Datenabgleichsystem EFAS zugelegt und natürlich möchte man Datenabgleiche machen, da braucht man natürlich auch immer erst mal Daten zu, deswegen sind auch die sächsischen Behörden da immer sehr interessiert, überhaupt Daten zu sammeln. Genau, was in diesem Kontext noch aufgetreten ist, ist dieser Imsi-Catcher. Das war auch so eine Geschichte, die die Polizei erst, also was zufällig rausgekommen ist, durch ein Schriftstück in einer Akte, nee, gar nicht in einer Akte, sondern dieses Schriftstück, was bei der Hausdurchsuchung am 19. Februar sozusagen überreicht wurde, dort erschien irgendwie dieser Imsi-Catcher. Mit dem wurden zwei Telefonate geordert, für die einen TKÜ-Beschluss bestanden hat. Und aufgrund dieser zwei Telefonate, die dann eben in dem Haus der Begegnung geordert wurden, hat dann diese Razzia am 19. Februar stattgefunden. Auch das, wie gesagt, wollten die Behörden erst verschweigen. Wie gesagt, dadurch, dass sie selber so schlampig arbeiten, ist früher oder später eigentlich ein Großteil der Sachen bisher ans Licht gekommen. So neben diesem 129-Verfahren haben wir, also wir haben insgesamt drei Verfahrenskomplexe, diese 129-Geschichte, und dann haben wir eben die SOGO 19.2, die konkret zum 19. Februar selbst ermittelt. Das heißt, wir haben Verfahren wegen dem Verstoß gegen das Versammlungsgesetz, wegen Teilnahme an Sitzblockaden. Dort gibt es, was ich vorhin schon meinte, 50 Verfahren momentan. Die Prozesse haben jetzt angefangen. Der erste Prozess hat einen Freispruch ergeben, wo aber die Gesamtlage ein bisschen anders aussah als bei den anderen. Und bei dem zweiten Urteil momentan gab es 15 Tagessätze a 20 Euro. Das ist über dem, was die Staatsanwaltschaft gefordert hat. Und deswegen würde es dort auch eine Revision, ein Prüfungsverfahren geben werden, beziehungsweise wird gerade geprüft, ob das stattfindet. Und der zweite Teil dieser Verfahrensachen ist eben die Ermittlung wegen schweren Landfriedensbruch, beziehungsweise Landfriedensbruch, direkt zum 19. Februar selbst. Dort ist das Problem, oder was ist das Problem? Hier sind die Behörden relativ ermittlungseifrig. Es wurde relativ viel über YouTube-Videos ermittelt, weil Leute immer das Bedürfnis haben, nachdem sie Straftaten begangen haben, diese ins Internet zu stellen. Was in dem Falle ziemlich ungünstig ist, weil auf jeden Fall klar ist, dass sie daraus relativ viele auch Identitätsfeststellungen machen konnten. Genau. Und eben im Rahmen dieser ZUKO 19.2 gab es eben nochmal erneut Funkzellenabfragen für den 18. und 19. Februar. Nochmal an 14 verschiedenen Orten in Dresden. Nochmal ein bisschen fokussierter. Und dort wurden eben nochmal knapp 150.000 Verkehrsdaten aufgenommen, bei denen nochmal 460 Bestandsdaten abgefragt wurden bisher. Diese Daten, obwohl der Datenschützer ja, weiß nicht, ob ihr das wisst, ich habe auch nochmal ein Newsletter mit, wo wir dann ausführlichen Bericht zu haben zu dem Datenschützerbericht und dem, wie darauf reagiert wurde. Er hatte eigentlich klar kommuniziert, dass die FZAs am 18. und 19. Februar weit über das Ziel hinaus geschossen sind, die Daten eigentlich gelöscht werden müssen und darauf nicht zugegriffen werden kann. Trotzdem wird mit den Daten weitergearbeitet. Also nach wie vor wurden jetzt nochmal dann ins weitere 14.000 Bestandsdaten erhoben, obwohl, wie gesagt, die Ansage war, dass das so eigentlich nie sein kann. Grundsätzlich sind allgemeine Repressionsmaßnahmen, die dann im Nachhinein auch noch stattgefunden haben zu den Protesten am 19. Februar, dass das LKA Sachsen Busunternehmen angeschrieben hat, wer denn hier zum Protest gefahren ist, sich mit wem getroffen hat, wer dem Bus geliehen hat, etc. Weiterhin wurden, es gab ein Polizeibeobachtungsteam, was an dem Tag Aufnahmen von der Polizei gemacht hat, die wurden angeschrieben, ob sie denn bitte mal ihre Material zur Verfügung stellen. Und die Demosanitäterin wurde auch darum gebeten, bitte die Namen und Adressen verletzter Personen, die sie am 19. Februar behandelt haben, bitte mal der Polizei zur Verfügung zu stellen. Außerdem gab es ja in dem Zusammenhang bundesweit noch weitere Razzien, eben nicht nur in Dresden, sondern auch in Stuttgart und in Berlin und in Jena, das ist dann unser prominentestes Beispiel, Lothar König, der eben auch zu Beginn im Rahmen dieses 129-Verfahrens geratzt wurde. Allerdings jetzt im Nachhinein das Verfahren unter den Bedingungen, gegen ihn eingestellt wurde, aber eben weiter ermittelt wird wegen aufwieglerischem Landfriedensbruch. Da ist auch ein höheres Strafmaß zu erwarten als bei dem 129-Verfahren. Es gibt quasi eine immense Bandbreite an Repression und auf der letzten Veranstaltung in Berlin zu dem Thema meinte man so ein Anwalt, wenn es so ein Spiel, also ob Staatsanwaltschaft, die Anwältin oder die Polizei, wer zuerst den Überblick verliert, in dem Ganzen hat verloren, weil hier wild hin und her ermittelt wird, sich Daten ausgetauscht, werden Daten erhoben werden und Anklagen formuliert werden. Da kann man nur noch mit den Ohren schlackern. Das erfordert prinzipiell eine immense Soliarbeit. Schon allein diese Blockiererinnenprozesse müssen begleitet werden. Alle brauchen Anwälte, man braucht Unterstützung vor Ort, Pressearbeit. Die zu erwartenden Landfriedensbruchprozesse werden wahrscheinlich nicht weniger wenig werden und bezüglich des 129-Verfahrens ist eigentlich gerade nie so wirkliches Ende abzusehen, weil sie eigentlich gerade erst angefangen haben, da so ein bisschen rumzustochern und wie ich vorhin schon meinte, der Beschuldigtenkreis sich da jederzeit erweitern kann beziehungsweise neue Personen dazukommen. Wir rechnen auch nach wie vor noch mit weiteren Razzien. Vor allem jetzt vor dem 13. Februar ist davon auszugehen, dass nochmal vehement dort von Seiten der Polizei Repression ausgeübt werden wird, um einfach nochmal so eine Einschüchterung auch im Hinblick auf die kommenden Proteste nächstes Jahr auszuüben. Ja, dieser starke Ermittlungseifer ist irgendwie so ein bisschen, ja, wie erklärt man sich das? Das ist für uns dahingehend, dass es einfach mal Sachsen eine sehr konservative, autoritäre Haltung hat. Das drückt sich stark in so einer Ideologie mit der Extremismus-Doktrin aus, die wie gesagt besonders stark beim 13. Februar fokussiert ist. Es gibt einfach ein tiefes staatliches Misstrauen und so ein Kontrollbedürfnis gegenüber eigentlich jedem politischen Handeln, was unabhängig ist beziehungsweise auch gegen staatliche Vorgaben stattfindet beziehungsweise einfach auch Regierungspolitik kritisiert oder sich damit kritisch auseinandergesetzt, ganz zu schweigen von zivilem Ungehorsam. Und vor allem demokratische Entwicklung und Transparenz ist eigentlich, sieht die sächsische Regierung nicht so gerne entsprechende Fragen, die man stellt oder eben die Landesregierung kritisiert, läuft man halt Gefahr, drangsaliert oder kriminalisiert zu werden. Das ist nie nur auf einer Ebene von antifaschistischem Engagement, sondern es ist eigentlich eine grundsätzliche politische Einstellung, die wir da in Sachsen finden. Um das vielleicht noch mal so ein bisschen zu verdeutlichen, habe ich euch jetzt noch vier nette Zitate von sächsischen Politikerinnen mitgebracht. Fangen wir mit Markus Ulbich an, dem Innenminister. Wer gegen Nazis ist, kann keine schlimmen Absichten hegen. Dabei wird übersehen, dass Rechts- und Linksextremismus eine entscheidende Gemeinsamkeit haben. Beide betrachten sich als Inhaber einer höheren Wahrheit. Beide fühlen sich deshalb als Erhaben über den Regeln der Demokratie. In diesem selbstherrlichen Streben nach Macht steht ihnen die freiheitliche, demokratische Grundordnung im Wege und diese wollen sie beseitigen. Das ist die eigentliche Gefahr, die vom politischen Extremismus, egal welcher Couleur, ausgeht, da sie alle Menschen in diesem Land betrifft. Leider lebt heutzutage offenbar gefährlich, wer diese Gemeinsamkeiten offen anspricht. Erst jüngst haben zwei sächsische Extremismusforscher Morddrohungen aus der militanten linksextremen Szene per Post erhalten. Die Extremismusforscher, dabei handelt es sich wahrscheinlich um Herrn Backes und Herrn Niesse, in Chemnitz und Dresden, jeweils an der Universität ansässig, Begründer quasi der Extremismustheorie, wie sie heute politisch lanciert wird. Diese Morddrohungen sind wahrscheinlich so ein bisschen fragwürdig. Herr Ulbich denkt sich gerne mal so Geschichten aus, so ist auch nach dem 13. Februar beziehungsweise im 19. Februar, wo es darum ging, dass relativ viele Gegendemonstranten von der Polizei verletzt wurden, führte er dann plötzlich an, ja, es gäbe da ja auch so einen schwer verletzten Polizist, der da angegriffen wurde, den es letztendlich eigentlich gar nicht gab, denn in sämtlichen Anfragen konnte nicht festgestellt werden, dass die Staatsanwaltschaft irgendwie ermittelt, was sie hätte ja von Amts wegen machen müssen, wenn es einen schwer verletzten Polizisten gibt. Von daher ist fraglich, wie diese Morddrohungen hier zustande gekommen sind. Ein weiteres, sehr schönes eigentlich Zitat von Herrn Lorenz Haase aus der Taz, um Strukturen größerer krimineller Gruppen aufklären zu können, sind umfangreiche Ermittlungen notwendig. Vor diesem Hintergrund halten wir die Maßnahme nach wie vor für gedeckt. Wenn man in Palermo mafiöse Strukturen durchleusten will, dann muss man in die Breite ermitteln. Ich denke, was soll man dazu noch sagen? Leicht paranoide Wahnvorstellung. Die Antifa ist jetzt schon die Mafia. Ich denke, das doch wesentlich Unterschied ist, dass die Antifa nicht so viel Geld hat. Dann Herr Staatsanwalt Hille auch in der Taz zitiert, das, was sich im Moment einige Politiker und interessierte Medien an Vorwürfen gegen die Staatsanwaltschaft Dresden erlauben, kannte ich bisher nur aus der rechtsextremen Ecke oder von Querulanten. Also klar, man kann Oppositionspolitikerinnen auch einfach als Querulanten abstempeln. Das ist halt auch ein schönes Zitat, wo man auch wieder sieht, wie in Sachsen auch Justiz und Staatsregierung doch recht eng verknüpft sind. Sowohl ideologisch als auch in ihrem Handeln. Und als letztes Zitat vielleicht nochmal Herrn Steffen Flath. Ich kann doch nicht danach urteilen, ob mir die Täter politisch näher stehen oder nicht. Wer so denkt, gefährdet die Demokratie und arbeitet auf eine Anarchie hin. Ganz nach dem Motto, wenn nur das Ziel ein Gutes ist, ist alles erlaubt. Hier sei bemerkt, er redet von Oppositionspolitikerinnen, die offensichtlich auch alle in Sachsen auf die Anarchie hinarbeiten. Das kann doch kein rechtsstaatlicher Grundsatz sein. Ich erwarte auch von der Opposition, dass sie darüber nachdenkt, was der Demokratie schadet und was nicht. Wer polizeiliche Ermittlungsarbeit kriminalisiert, wie es die Opposition tut, darf sich nicht wundern, dass Gewaltausbrüche gegenüber Vertretern des staatlichen Gewaltmonopols zunehmen. Also das ist schon echt ein gelungener Schachzug. Der Begriff Kriminalisierung, antifaschistischen Engagements war eigentlich relativ breit in den Medien etabliert in dem letzten halben Jahr. Dass es Herr Flath jetzt schafft, das dahingehend umzudrehen, dass Polizeiarbeit kriminalisiert wird und die Opposition noch die geistigen Brandstifter dafür sind, ist schon irgendwie phänomenal. Genau. Ja, damit wäre ich erst mal am Ende. Also mit meinem Vortrag zu Ende. Okay, danke. Ich bin mir sicher, es gibt dazu Diskussionsbedarf und freue mich über eure Beiträge. Wir haben zwei Mikrofone im Saal. Eine Frage hier vorne. Ja, hallo. Es gibt ja nun auch eine Rechtsprechung vom Bundesverfassungsgericht, die sich jetzt nicht ganz mit den Aussagen der sächsischen Demokraten deckt. Wie gut sind eigentlich die Chancen, dass die das irgendwann mal mitkriegen, dass sie da so nicht ganz auf der Linie der Verfassung sind, beziehungsweise auch bei den Verfahren wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz. Die müssten doch eigentlich alle freigesprochen werden, wenn sie sich bis vor das Bundesverfassungsgericht klagen, oder? Ja, theoretisch schon. Also Anfang des Jahres gab es ja einen Beschluss, in dem gesagt wurde, dass Sitzblockaden eine Meinungsäußerung sind. Und ja, theoretisch müssen die, wenn sie jetzt in die Berufung gehen, denke ich schon fast, dass es da gekippt wird. Hat das Bündnis dann einen Anwalt, der bis vor das Bundesverfassungsgericht sieht? Ich denke, dass die Prozesse so durchgibt. Also ich weiß es jetzt nicht genau, ich bin jetzt nicht im Bündnis nazifrei, aber ich denke, dass auf jeden Fall die Berufungsverhandlungen jetzt angeschrieben werden und je nachdem, wie dann entschieden wird, wird da auch der weitere Weg entschieden. Was ist denn so die Quintessenz des Ganzen eigentlich? Also wenn wir mal für einen Moment die CDU mit als demokratische Partei betrachten, was ist dann sozusagen das Ziel der sächsischen Staatsregierung und dessen, was sich da so drumherum gruppiert? Wollen die einfach nur ihre Ruhe haben? Oder ist die Unterstellung tatsächlich, dass da Leute dabei sind, die jetzt den Nazis Vortrieb leisten wollen? Wie ist da die Einschätzung? Naja, ich glaube, die sächsische CDU ist eigentlich, also in Sachsen, die CDU ist seit 20 Jahren, also nee, seit 22 Jahren an der Regierung. Ich glaube, das ging ganz gut in dem Übergang in der Nachwendezeit, dass sich dort mit dieses autoritäre Politikverständnis, was einfach sozusagen vor der Wende ja im Osten quasi da war, sich ganz gut mit der jetzigen CDU zusammenging, rein politisch gesehen. Und sie war, die sächsische CDU ist eigentlich schon immer relativ rassistisch in ihrer Politik, relativ autoritär, relativ konservativ. Und ich meine, was ist das Ziel? Also es ist halt so ein, also es ist halt ein autoritärer Regierungsstil. Und für sie ist das halt trotzdem, ist das ja auch ein demokratisches Verständnis, also einfach ein sehr autoritärer Demokratiebegriff. Und sie wollen halt einfach ihre Politik in Ruhe machen, ihre, also ich weiß jetzt nicht so ganz genau, was du meinst mit dem, wo, was, das. Ja, nein, also ich meine, wenn man tatsächlich unterstellen wollte, was ja gelegentlich mal so ein bisschen durchkommt, und auch, ich glaube, heute früh bei dem Vortrag, dass die Nazis, wie zum Beispiel in diesem lustigen Urteil da als Minderheit, die schützenswert wären, betrachtet werden. Da muss man sich ja dann schon langsam ein bisschen fragen, wie sowas entstehen kann. Aber so ganz generell müsste man ja eigentlich der Meinung sein, wenn die CDU denn auch demokratisch und so weiter, dass eigentlich zumindest die Leute, die da nicht völlig auf den Kopf gefallen sind, merken müssten, dass sie an dem Ast sägen, auf dem sie selber sitzen, so ein bisschen, jedenfalls. Ich glaube das nicht. Also ich weiß nicht, wie, also das ist nicht der erste Skandal, sag ich mal, den die CDU sich da gibt, sondern eigentlich in den letzten 20 Jahren gibt es eine Bandbreite an Skandalen. Also ich weiß nicht, ob diese Sachsensumpf-Geschichte dürfte vielleicht einigen Leuten etwas sagen, wo es ja damals um die Verstrickung gegen Staatsanwaltschaft, kriminalisierte, organisierte Kriminalität etc. sämtliche Leute, die da in einem größeren Rahmen sich irgendwie zu geäußert haben, wären früher oder später mundtot gemacht. Also ich weiß nicht, alle, die vielleicht den Spiegelartikel gelesen haben, der, ich habe den ja auch nochmal mit, kann man, da ist das nochmal schön so chronologisch aufgeführt, was es alles für Skandale gegeben hat, wer dann wie quasi mundtot gemacht wurde. Und das hat auch immer bestens funktioniert. Und eigentlich musste da selten jemand gehen für, also jetzt ja auch für diese Februar-Geschichte ist ja letztendlich zwar der Polizeipräsident zurückgetreten, das war jetzt ein Bauernopfer, der ist jetzt halt in einem anderen Bereich, macht da halt trotzdem seinen Job weiter. Also es ist jetzt irgendwie keine ernsthafte Konsequenz. Es war sozusagen so eine vorgeschobene Sache. Aber die sächsische Politik ist geprägt von so einer Regierung und so ist auch prinzipiell so ein Politikverständnis auch in der Bevölkerung. Also nie umsonst ist Sachsen das Land doch mit dem größten Problem, was jetzt Neonazismus und Rassismus etc. betrifft. Also es ist allgemeine, sehr reaktionäre Grundstimmung so. Und ja, also ich glaube, da sägt niemand wirklich an seinem Ast, würde ich mal behaupten. Also ich sehe da keine Konsequenzen, also es werden da jetzt keine Konsequenzen kommen. Das ist ja das Bemerkenswerte. Die sächsische Regierung kann seit Jahren machen, was sie möchte und daraus gibt es keine Konsequenzen. Ich meinte das mit dem Astsegen jetzt so, dass wenn man mal den Worst Case denken würde und die Nazis die Regierung stellen würden, was wir natürlich alle nicht hoffen wollen, aber und dann, wenn man mal den Faden ein bisschen weiterspinnt und sozusagen die ganz lustigen Datensammlungen, die da alle so existieren, dann in deren Hände fallen würden, dann würden sicherlich so der eine oder andere da vielleicht nicht mehr ganz so lustig werden. Ich glaube, das Problem ist, dass man dazu nie die Nazis frau, sondern die CDU schlimm genug ist. Und sie auch immer klar gemacht haben, dass sie da halt auch am rechten Rand fischen. Also deswegen sie auch in den ganzen Jahren immer einen sehr rassistischen Wahlkampf letztendlich gemacht haben, um eben der NPD da auch das Feld zu nehmen. Und es macht glaube ich gerade nichts aus, dass die NPD da im Landtag ist, weil die CDU ist eigentlich genauso schlimm. Also die völkische Ideologie ist bei der CDU so nicht ausgeprägt, gar keine Frage. Aber von dem, was letztendlich Auswirkungen sind, was Sicherheitspolitik ist, was Überwachung ist etc., das kann die CDU definitiv besser am Ende noch, weil sie jetzt schon 22 Jahre lang üben konnten. Mich würde interessieren, ob sich die Bundes- oder wie sich die Bundes-CDU gegenüber der sächsischen CDU verhält, ob es da irgendwelche Äußerungen oder gar vielleicht, sagen wir mal, Zweifel gibt, die da mal geäußert worden wären. Das wäre das eine. Und die zweite Frage wäre, wäre, wie man euch unterstützen kann, so von außen. Also ich, grundsätzlich muss man sagen, dass die sächsische CDU erstaunlicherweise, wahrscheinlich gerade wegen ihrer Konservativität, immer so ein bisschen auch Vorreiterposition in der Bundes-CDU eingenommen hat, beziehungsweise das so Input gegeben hat. Zu sehen war das ja bei dem, überhaupt bei dem Versammlungsgesetz, beziehungsweise bei dem sächsischen Gedenkstättengesetz, wo ja eben auch diese Totalitarismustheorie manifestiert wurde und dann in den Bundesentwurf Einfluss genommen hat. Also sie kommen da eher mit ihrer Politik positiv an in der Bundes-CDU. Ich kann jetzt gerade, ich jetzt ganz konkret zu den FZA-Geschichten, fällt mir gerade nichts ein, dass es da größere Kritik jetzt gegeben hätte innerhalb der CDU und ja, weiß ich nicht, ob das jetzt, also ich weiß es gerade nicht, also was jetzt genau von der Bundes-CDU an dem Punkt geht. Prinzipiell ist es eigentlich eher so, dass die CDU, die sächsische Politik da positiv aufgenommen wird und dass sich gerade jetzt, was so größere Ereignisse waren, wie gesagt, Gedenkstättengesetz etc. immer auf diese, oder überhaupt die Etablierung dieser Extremismus-Doktrin ja sehr aus Sachsen immer forciert wurde und wie wir ja sehen, sich in den letzten zwei Jahren gut in Realpolitik umgesetzt hat. Genau. Aber du wolltest da gerade was erwidern dazu, oder? Nee, okay. Und zu dem, wie ihr uns unterstützen könnt. Also wir haben erst mal so Spendendosen, dann haben wir aber auch für alle, die nicht so viel Geld dabei haben, ein Spendenkonto. Prinzipiell, ja, ich glaube in allererster Linie brauchen wir unglaublich viel Geld, weil es halt, wie gesagt, 40 Betroffene in dem 129-Verfahren gibt, über 100 Betroffene in den Blockade-Prozess beziehungsweise Landfriedensbruch-Verfahren und ja, dass auf absehbare Zeit da relativ viel Soli-Arbeit nach wie vor notwendig ist. Von daher, genau, ansonsten, denke ich, ist kritische Partizipation zu diesem Thema auch in anderen Städten immer erwünscht, weil wir eine Zeit lang so ein bisschen das Gefühl hatten, hallo, lasst uns mal hier nicht so alleine damit. Irgendwie betrifft das relativ viele Menschen, gerade was jetzt die Proteste gegen den Nazi-Aufmarsch betrifft, mittlerweile ja dann doch mehrere Städte und wie gesagt, wir gehen davon aus, dass da auch noch mehr kommen wird. Von daher ist das auch tatsächlich nicht so ein Sachsen-Problem, sondern schon eher wahrscheinlich ein bundesweites Problem. Wir haben auch netten Merchandise, hier so hübsche Beutel, die ihr gerne erwerben könntet, sowas, oder so schicke T-Shirts. Genau, ja, genau, wir haben auch noch eine Homepage, die, wo haben wir die? Ach doch, da. Da gibt es auch nochmal ein Spendenkonto und es erscheint auch ein Newsletter, den könnt ihr so viertelmonatlich, wo quasi aktuelle Ereignisse und Geschehnisse in Sachsen dokumentiert werden. Den aktuellen haben wir auch hier vorne liegen, könnt ihr euch gerne mitnehmen. Ja. Okay, ich sehe keine weiteren Fragen. Ich denke, falls da noch Diskussionsbedarf ist, steht Josephine hier vorne noch zur Verfügung. Vielen Dank. Ja, dankeschön. Applaus Ich nehme euch an www.btist.com. Vielen Dank.